Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen zu neuen Manuel am Abend, Freunde. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, nun habe ich meine Haare geschnitten. Jetzt gibt es für euch ein kleines Video. Viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr da seid. 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 Ja, na, 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 Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Oh ja, nun bin ich ja hier. Wie ihr gesehen habt, war ich schon beim Friseur. Herrlich, ne? Wenn es euch genauso gefällt wie mir, Daumen hoch, oder schreibt es in den Kommentaren, wie es euch gefällt. Okay? Herrlich, ne? Oh ja, meiner Mann, Freunde. Ach, das Wetter ist gut. Herrlich. Man kann sich nicht beklagen. Sogar in der Sonne ist es heute, wie wir heute nicht waren. Ja. Einfach nur flach. Aber heute noch viel erlebe. Besser geht's. Ich bin ganz im Flieger. Ich will die jetzt aber nicht fressen, meine Damen. Ja. Bisschen verheißen, also. Was ist das? Ich bin mit dem Wind. Im November. Haha. Na ja. Ich gehe jetzt hier mal rum, werden wir uns krinken. Ah, sehen wir uns. Dann gehen wir mal rüber. Ja, mal am Abend, Freunde. Nun habe ich mich hier hingesetzt. Hol eben mein Trinken. Und dann geht es weiter. Und wie man Trinken holt, zeige ich euch jetzt gleich. Eins, zwei, drei. Warte mal, machen wir mal so. Eins, zwei, drei. Trinken kommen wir bei. Und schon ist das Trinken da. Herrlich, was? Finde ich schon. So ein leckeres Trinken muss man doch erst mal trinken. Ja, ich habe heute noch nicht so viel getrunken, weil ich viel unterwegs war. Aber immerhin. Ja. Herrlich. Wetter ist auch ganz gut. Man kann sich nicht beklagen. Prost. Ich kann mich nicht beklagen. Okay. Ach ja. Ah, ich hab's auch manchmal. Bei so einem schönen Sonnenschein, da kann man das mal machen. Denk ich auch. Ja, Mann, 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 Freund. So ist das hier bei so einem tollen Abend. Ja, ich würde sagen, ich geh nochmal zum Gartentor und dann schauen wir mal weiter. Ja, maler, Mann, Freund, stehe ich hier am Gartenzaun, am Gartentor, genieße die schöne Zeit. Kann man nicht beklagen, das Wetter ist gut, es ist schön warm. Ja, wo man eigentlich von Klima her es lieber in dieser Zeit nicht so warm hätte, weil es besser für die Umwelt ist, für die Erde. Aber ich find's ja sowieso immer schön warm, ganz gut. Aber auch nicht zu warm, sondern so, dass es so sein, ja, angenehm ist, sagen wir mal so. Warm, nicht kalt, aber auch nicht, dass man friert oder so. Ja, und ich würde sagen, das war's jetzt mal wieder heute, hier mit mal am Abend der neuen Folge. Hoffe euch hat's gefallen, mir ja, wir sehen uns wieder, macht's gut und an der Stelle, wo gleich ein paar grüne, ja, was heißt gleich, wo man diese grünen Sachen sehen konnte. Ja, maler, Mann, Freunde, hier stehe ich nun, aua, nochmal. Ja, maler, Mann, Freunde, hier stehe ich nun im Grünen, vor meinem Gartenzaun, also innen drin, könnte nach draußen gucken, hab hier die schöne Sonne, die mich schön warm anstrahlt, wenn man zu lange steht, dann ist es wieder zu warm, aber eigentlich sollte das ja nicht so sein, gerade wenn im Klima momentan ist es nicht so. Nicht so, wie es eigentlich sein sollte, aber ich finde es sowieso schon immer schön, wenn es warm ist, ja, es sollte auch nicht zu warm sein, sondern angenehm, sodass es nicht kalt ist, aber auch nicht zu warm, sodass es halt angenehm ist, sodass man es gut aushalten kann. Ja, ähm, heute habe ich ja auch in meinem Abend schon gesagt, ähm, dass ich meine Friseur war, wisst ihr ja, und da habe ich vom grünen Hintergrund das aufgenommen und das ist nicht grün. Sondern, da habe ich ein paar schöne Bilder eingeblendet, äh, die werde ich gleich noch machen und, ja, und deswegen würde ich erst mal sagen, war es das für heute, hier mit meinem Abend, der neuen Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, macht's gut und ciao. , da 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 da, oh no.